Wir sind ein bisschen spät dran, oder? Ja, es geht. 45 Minuten ungefähr. Ja, das ist ja wenig. Das ist ja entspannt. Haben wir nicht die App? Ach, scheiße. Fuck. Ja, das wäre natürlich gut gewesen, das runterzuladen, ne? Sehr richtig. Warum machen die denn? Echt wie so ein Waldweg hier. Schlimmer als ne Bergwanderung hier. Hallo. Wir stehen überall. Wie kommen wir da runter? Ich seh dich. Ich kann dich sehen. Hallo Marcel. Geht hier nicht runter? Da ist ein Weg, der ist nicht so hoch. Da ist ein Weg. Wie kommt man da hin? Hier kann man runter gehen. Lama nicht. Echt? Ja man. Wo da oben waren wir grad eben? Egal, die Weltreise. Ich bin so froh, dich grad zu sehen. Da oben an der Brücke, wenn ihr rechts geht. Da geht es dann ein paar Meter auch noch zu laufen. Dann geht es dann so eine Treppe, so eine Waldtreppe runter. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist eine geile Location, Marcel. Hast du gut ausgesucht. Ja. Ist bisschen schwer zu erreichen. Ne, ist schwer zu erreichen. Aber super nice, weil super wenig Leute hier. Sehr flach, windstill. Haben wir Glück heute und das Wetter ist halt gut. Hallo. Bist du auch hier? Schön hier. Was für ein Zufall. Überraschung. Marcel, bist du vorbereitet? Ja. Wie? Was hast du gemacht? Hab die App runtergeladen. Die DJI App. Das haben wir vergessen. Ohne Scheiß. Ich hab mir gestern gedacht, wir haben eine Mavic. Wir haben Leute, die verpeilt sind. Ich kann auch ohne die App fliegen, aber das ist scheiße. Da hat man kein Video. Wie machen wir jetzt das Unboxing? Ja. Unboxing. Ich weiß nicht. Ich mach so halbmäßig weiß ich diese Verpackung auch. Ne, die brauchen wir vielleicht noch. Zurückschicken. Wir holen das Ding mal raus, oder? Ich würde sagen, wir packen endlich mal unsere Drohne aus. Wir können sie auf den Baum nach. Wir packen uns. Das hat letztens jemand gefragt in den Kommentaren. Was macht ihr eigentlich beruflich? Arbeiten. Ja. Arbeiten. Beruflich arbeiten wir. Das können wir jetzt eigentlich mal beantworten. Was machen wir eigentlich beruflich? Ja und? Was machen wir? Stell doch mal Michi, was machst du beruflich? Ich bin Vollzeit-Blogger. Okay, das war's oder wie? Unboxing-Video Teil 1. Ja, mach mal. Oh. 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 Geil. Ist das unsere, oder was? Hm. Ha. Oh. Geil. Oh, ist das geil. Der wird schon fliegen. Ich hoffe, dass der Akku ein bisschen geladen ist. Oh, wie geil ist das, ey. Dass wir den Propeller, ne? Wie lange wir darauf gewartet haben. Wir hatten schon an Weihnachten darüber nachgedacht, die Drohne zu bestellen. Aber wir waren noch nicht so klar, ob wir das Geld ausgeben wollen dafür. Und wir hatten noch nicht die 500 Euro vom Gewinnspiel vom Hopfen und Malz-Video. Link hier oben. Giesinger Bräue, Link hier oben. Cooles Video. Hat schon ultra viele... 9000 Aufrufe. Wie viel? 9000 Aufrufe? Das ist unser bestes Video. Wir müssen die 10.000 klacken. Ja, und jetzt? Was machen wir, wenn wir 10.000 Views auf dem Video schaffen? Auf dem hier? Nein, auf dem anderen. Dann drehen wir Hoffnung Malz Teil 2. Oh Gott, nein. Dann machen wir ein neues Musikvideo, okay? Okay, ein neues Musikvideo. Ja, machen wir. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und abonnieren. Uns fehlt nicht mehr viel. Marcel, weißt du, wie das geht? Ja, Casey hat mir das gezeigt. Oh, die sind ja fancy. Guck mal, die haben sogar... Guck mal. Ja, natürlich. Die haben Lightning-Anschluss drin. Weißt du es nicht? Nee, wusste ich nicht. Ja, was los? Guten Morgen. Zweiter, erster Schritt, App herunterladen. Danke, Marcel. Äh, zweitens den Akkuladezustand prüfen. Press once. Mach mal. Einmal... Eins, zwei. Und? Ist voll? Da war ein Ding. Ein? Ist das einer? Oh, scheiße. Ist das nur einer? Ja. Sollen wir die mal starten einfach? Probieren wir jetzt einfach mal. Kommt mal hier den Controller. Weißt du, wenn die Akk stört, weil du zu wenig Akku drin haben? Das passiert nicht. Die warnt bestimmt vorher. Ja, genau. Ja, genau. Oder? Jetzt kommt das. Also genau so kurz drücken und dann lang drücken. Low battery? Low battery. 18 Prozent. Du, das iPhone. Dein iPhone? Nee. Tone. Wie viel 18? Die ist ja gar nicht verbunden. Mach die mal aus. Meinst du, der hackt mir die Hand ab. Voll geil, das Teil, oder? Die blinkt auch schon rot. Also ich weiß nicht, entweder ist die nicht gekoppelt, oder? Ist die Drohne an? Ja. Mach mal auf ihn, ne? Ich mach nicht auf ihn, ne? Warte. Tippen Sie auf Auto-Take-off. Ich glaube, wir müssen uns ganz normal überdenken. Hier die ganze Geschichte mit der Drohne. Es hat ja blenden funktioniert, oder? Mhm. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Welchen Aufnahmen? Seht ihr nicht im nächsten Vlog. Nur hinter den Vlogs. Ich glaube, das wird einer der witzigsten Vlogs, die wir jemals hatten. Weil es einfach so... Weil nix funktioniert. Ja, weil nix geht. Ah, Manuel! Na? Ja. Na? Wie geht's dir? Gut, selber? Ja. Ich bin seit Wochen mal wieder rausgegangen. Ja, Mann. Hallo, Jule. Bist du im Englischen Garten? Perfekt. Jetzt winke ich. Da hinten. Schau, da kommt sie auf uns zu. Ready? Ready for take-off! Ja. Ready for take-off! Auch schon da. Neues, oder? Auch von Neues? Ja. Okay. Are you ready? Wir probieren's nochmal. Vielleicht geht's diesmal. Hallo, Armand. Ja, Teil 2 mit der Drohne. Beim ersten Mal hat's ja nicht geklappt. Hoffen, dass es jetzt besser klappt. Alles ist aufgeladen. Alles bei 100%. Dann würde ich sagen, starten wir die Kiste mal, oder? Ja, hau raus hier. Du musst auf den Knopf drücken, oder? Ja, Mann, das dauert noch ein bisschen. Man merke, es ist nicht so einfach, eine Drohne fliegen zu lassen. Oh, jetzt geht's los. Ey, Mädels, ich kann nicht so arbeiten, Mann. Ihr seid so ein unprofessioneller Haufen. Warum muss alles, was mit Fliegen zusammenhängt, immer so komische Geräusche machen? Okay, Anfänger-Modus, fortsetzen. Mode 1, okay, alles klar. Verbindung zum Server wieder aufgenommen. Komm, oi, da müssen sie sich erst das Konto bestätigen. Hat schon gar keinen Bock mehr auf die Drohne. Du? Hast keinen Bock mehr? Ja, mich nervt sowas einfach. Tja, und jetzt? Und ein weiteres Mal stehen wir hier zu viert. Und ein weiteres Mal geht's nicht. Nutrisch. Ja, ja. Wie ist die Laune? Ja, richtig gut. Kennst du das, wenn du ein Geschenk hast oder ein Spielzeug eher? Da hängt es. Und es funktioniert einfach nicht. An Weihnachten du packst es aus und dann funktioniert es nicht. Aber warum funktioniert es gerade nicht? Ja, weil wir gehen durch diesen Tutorial-Prozess und es hängt einfach an der letzten Stufe, wo man sich verbinden muss mit dem Server, weil dann piept es noch so richtig ätzend. dass wir mal gleich wieder ausmachen und nach Hause fahren. Was soll ich dazu sagen, Michi? Was soll ich dazu sagen? Ne, es war ganz geil. War ein schöner Rundflug. Gute Aufnahmen gemacht. Ja, schöne Aufnahmen haben wir gemacht. Jetzt nochmal die Wahrheit. Jetzt nochmal die Wahrheit? Ja, die Wahrheit ist Fail. Ne, wir müssen nichts vorspielen. Wir sind einfach zu dumm. Ja. Beziehungsweise... Sagen wir, es liegt 50-50 an uns. Und an DJI. Das heißt, gehen wir aber als HQ, oder? Ins Z10 und... Ja. Da geben wir die Sache jetzt mal auf den Grund, weil es kann nicht sein. Wir geben nicht 1.000 Euro aus, damit wir so bloß gestellt werden da in diesem englischen Garten. Wir sehen die kleinen Kinder, haben alle über uns gelacht. Ja, heftig, ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das ist aber so, ich hatte recht. Stehen. Ich nehme dir die Tode mit nach New York. Ja. Das ist der Plan, ja. Echt jetzt? Ja. Aber was ihr unbedingt machen müsst ist, die Drohne nehmen und dann vor... Und dann vor... Ne, 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 ne. Du musst es einfach vor das Office von Casey fliegen lassen. Ich glaube, der rastet da mega aus. Glaubst du, ich finde es geil, wenn so eine Drohne vor seinem Fenster rumfliegt? Ich fände es ätzend. Ich fände es einfach ultra ätzend. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Digger, ich glaube, dass eventuell das Kabel kaputt ist. Ich meine das Kabel hier, Digger. Das hier. Ja. Ja, hier ist noch so ein USB-Port, da könnte man vielleicht noch was anschließen. Ich probiere das mal aus hier. Wie lange wir da gestern schon rumgesessen haben? Ja, erstmal waren wir in der Groß-Hasselower Brücke. Da ging es auch nicht. Und eventuell ging es gar nicht ganz anders. Wir dachten schon, wir sind zu blöd dafür. Ja, es funktioniert. Scheiße. Wir saßen 10 Stunden und dann haben das ausgewertet, nichts was passiert. Ich bin schon fast ausgerastet, dass wir nur ja auch nicht mit der Drohne rumfliegen können. Und jetzt? Geil. Ja, dann warten wir jetzt eigentlich nur noch auf Ricci und Marcel. Und dann können wir die ja nochmal ausprobieren, bevor wir uns auf dem Weg zum Flughafen machen. Hallo. Hallo. Na, wie geht's? Alles klar? Und flieg die Drohne jetzt. Hey, du glaubst gar nicht, was gerade passiert ist. Komm mal rein. Kennst du das Kabel hier noch? Ja, das Kabel vom Controller, ja? Ja. Zum iPhone. Ja, der ist kaputt. Was, echt? Ja. Hier unten, da ist so ein USB-Ding, da kann man das einstecken. Ach, hör auf. So. Ey, gehen wir raus. Wir gehen jetzt raus. Schnell rausrennen. So konnten wir gestern auch schon fliegen. So. Alles frei hier oben? Ja. Bereit? Ja. Ja. Ja, Rasenmäher da. Wuhuuu! End ist frei! Das sieht so geil aus. Egal. Man muss gar nichts machen. Man muss gar nichts machen, ja. So, dann hat es doch endlich geklappt. Nach langen, langen Hin und Her haben wir einfach nur festgestellt, dass das Kabel kaputt war. DJI, wir schicken euch das Kabel zu, ihr schickt uns bitte ein neues zu. Wir haben ein Ersatzkabel für den Moment, aber ist nicht die optimale Lösung. Also am besten abonniert ihr uns, dann seht ihr auch die nächsten Videos. Wir machen nächste Woche ein paar mehr Videos und sind deswegen Sonntag, Mittwoch, Freitag, Sonntag da. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.